Konzentration, Ruhe bitte, wir drehen. Kamera ab. Und Action. Das große Finale der Nibelungen-Saga, gedreht mit viel technischem Aufwand am Uracher Wasserfall. Hagen will Siegfried ermorden. Siegfried und Hagen, das sind die Profischauspieler David Schütter und Michael Joachim Heiß. Regie führt der preisgekrönte Salzburger Adrian Goiginger. Siegfried ist wie so ein Donald Trump, so ein großer, tollpatschiger, unachtsamer, an Selbstüberschätzung leidender Riesenbaby-Mann, der wie Donald Trump sein Geld, ich meine, fast Unverwundbarkeit als Machtinstrument benutze. Studenten der Filmakademie Ludwigsburg haben die Nibelungen-Saga umgeschrieben, sie ins Hier und Jetzt geholt. Und die Sicht auf Siegfried und Hagen verändert. Hagen ist nicht mehr nur der Bösewicht. Ich sehe den Hagen gar nicht so als Arschloch, ich sehe ihn eigentlich als Retter. Aus meiner Sicht betrachtet ist er der Retter des Imperiums, der Familie. Und von dem her ist in meinen Augen eigentlich der Siegfried der Schlimme. Die Neuinterpretation der Nibelungen erzählt vom Machtkampf in einem Rüstungskonzern. Der Dreh am Wasserfall verlangt allen alles ab. Es geht schon an die Grenzen manchmal. Also das Runtergerennen unter dem Wasserfall, du bist nass, es ist kalt, kälter als gedacht. Das Physische ist eine Riesenherausforderung. Um am Uracher Wasserfall drehen zu können, wurde die Originalgeschichte extra umgeschrieben. Ursprünglich hätte es in einem Brunnen spielen sollen, wie es ja auch in der Originalfolge war. Und dann haben wir aber den Wasserfall gefunden und haben gesagt, okay, jetzt schreiben wir die Szene um und machen alles so, dass man es hier drehen kann, weil es einfach wunderschön ist. Also es ist wirklich fast magisch, würde ich sagen. Hier zum Beispiel kannte ich noch nicht diesen wunderbaren Wasserfall. Wirklich beeindruckt. Eine der schönsten Locations, die ich in Deutschland jemals gesehen habe. Das sind Bilder, die man für den Film einfangen kann, die man ganz selten irgendwo kriegt eigentlich so, dieses Bachbeet unter Wasserfall, ist irrsinnig schön. Die Neuverfilmung der Nibelungensaga wird ab Sommer auf verschiedenen Festivals und später auch im SWR zu sehen sein.